Dieser Volkswagen Caddy steht hier zum Verkauf. Zwei Personen haben in diesem weißen 5-türigen Windplatz. Der Kilometerstand des Autos liegt bei weniger als 100.000 Kilometern. Die Erstanmeldung war Anfang 2011. Der Van verfügt über zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Navigationssystem, Partikelfilter, Anhängerkupplung, Bluetooth und vieles mehr. Der sparsame Diesel überträgt eine Leistung von 102 PS auf ein Schaltgetriebe. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gerne Ihre Fragen.